Hallo, wir hatten das so... Leute, das hat er getrocknet und jetzt ist es ganz... Man! Das kann ja nichts Schönes machen. Ich hätte dich auch sehr gerne gefilmt beim Waffelessen. Ich habe es schon drauf gemacht. Zeig mal Yoschi. Yoschi, du darfst nicht vergessen, ich habe es falsch drauf gemacht. Ja, wirklich toll. Das ist so älter, denkst du mir auch so, oh, der Gewinn ist verloren. Und es glänzt doch eh, glaube ich. Ich bin so schrecklich. Okay. Hey, Tom. Ach so. Und dein Geschirr. Ich glaube, ich war so selten in diesem Zimmer. Oh, du hast es dir aber gemütlich gemacht, Barisch. Ich war einmal in deinem Zimmer, dachte ich zu nichts. Die Spiegel sind richtig schön im Bar. Habt ihr Indiras Profilbild gesehen? Ja, das ist so geil. Wir haben ja auch den Chat gezeigt. Ich wusste es auch noch. Mit dir, so geil. Aber Indira... Aber guck mal, geht's noch? Muss die Seite vom Tisch gewischt werden? Alles gut? Also... Also ich glaube, es ist auch einfacher, wenn man die Leute nicht kennt. Mit den Legenden. Mhm. Weil ich glaube, also weißt du... Was wäre Weihnachten ohne Erkältung? Ach wie cool, machst du es online oder wie? Nein, aber ich denke, ich bin gerade auf Jobs im Moment. Ihr redet so, als ob ihr euch seit Jahren nicht mehr gesehen habt. Wir haben uns allen zwei Tage nicht gesehen. Es hat sich richtig komisch angefühlt. Oh, mit Punkten. Ach wie cool. Ja, von wo habe ich die Schuhe? Natürlich von zu Hause. Und mein Zuhause von vier Monaten. Mein viermonatiges Zuhause sozusagen. Das war nicht hier. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Genere mich verbreiten. Das war nicht mehr. Nein, das war nicht mehr. Oh ja, da ist ein Sonnenstrahl. Das ist ein Sonnenstrahl. Jetzt ist mein Handy aus. Es ist zu kackt. Ich habe drüber nachgedacht, weil wir verkälte. Das ist ein Sonnenstrahl. Hast du dich getarnt, Suki? Und du hast dich gar nicht getarnt, gell? Ah, hallo! Guck mal, Suki ist seit dem Partner noch. Stimmt. Ich habe eben schon Suki gefilmt, weil sie ist irgendwie... Sie ist krank. Oh? Das wusste ich schon. Ach so. Wann warst du dein Öl? Sie war schon immer krank. Oh Gott. Ja, sie ist krank. Okay, Suki. Sorry, dass ich dich ausgelacht habe, weil du so lustig aussiehst. Aber ich wusste nicht, dass du krank bist. So schön, wir gehen jetzt nicht raus. Aber wir können... Spannend. Ist der so trocken? So viel Dings da drinne. So viel Dings, Dings, Dings. Jetzt habe ich ganz viele Danks drauf und jetzt hoffentlich wird es ganz lecker. Gummistiefel. Da hin. Schaukelpferdchen. Stern. Ich sage das immer alles, damit du weißt, was ich da mache. Ja. Mond. Kannst du die Karte ausfüllen oder du? Mit dem Papa. Und wir unterschreiben dann. Oh nice. Wir sind drei Menschen und das sind auch toll. Wir sind drei Könige. We three kings. Sie wollten ja auch sehen, wie ich das eingepackt habe vom Papa legt auf mein Bett. Wir wollen das alles sehen. Hallo. 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 Du hast das toll gemacht. Ja, bitte. Ja, hier, das ist die Problematik. Da ist eine Lichterkette und ein nackter Engel. Ich versuch jetzt nicht. Letztes Jahr hat Aluc auch die Lichterkette gemacht. Ich habe es letztes Jahr auch schon gefilmt. Letztes Jahr hat Indira die Lichterkette geholt. Nee, vorletztes Jahr. Ich stelle mich mit dir hin. Ja, schön ab sein. Hier, blau klick. Das wäre wild. Scheiße. Ich finde das so lustig, wenn man die Tür klingelt und noch wer reingekommen ist. Ja, stimmt. Willst du da rein? Doch, Bochu. Das hat jemand geklopft. Es hat geklopft. Es hat geklopft. Gefällt mir. Ja. Oh. Oh. Oh, das ist eine neue Art. Wie sehen jedes Jahr anders aus, die Paloma. Du musst nur raussteigen. Jetzt. Fertig. Jetzt machst du wieder die beobachte Rolle als Kameramensch. Mhm. Was macht ihr hier? Eigentlich könnte man so ein Lied über Nup machen. Alle Jahre wieder hängt sie die Lichterkette auf. Alle Jahre wieder macht sie nur... Ja. Bei Kira ist dieses Jahr alles anders. Oh. Achso. Ich dachte schon. Weil ich jetzt kein Grinch bin. Weil du Weihnachten jetzt liebst. Ja. Dieses Jahr liebe ich Weihnachten extrem. Nächstes Jahr hasse ich sie wieder extrem. Perfekt. Bei Sophie ist heute auch alles anders. Weil Sophie hier ist und in der Küche arbeiten muss. Wir haben sie hier hergeholt. Damit sie für uns endlich mal hier in die Küche läuft. Eine kleine Pilzsoße macht. Oh. Es sieht aber aus wie Schneeregel. Oh. Toll. Norddeutschland. Oh, toll. Weißt du meine? Oh. Ich hab den Kopf verfehlt. Das ist okay. Also veganes Creme fresh ist das. Wie reicht dir dann alles zu? Sitzen wir oder stehen wir? Wir können uns auch hinsetzen. Ist egal. Oh Tannenbaum. Oh Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter. Ich liebe diese Stille nach meiner Züge. Don't you come back no more, no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. Don't you come back no more. What'd you say? Ich fag so nem, ähm, Instagram Account? Mhm. Wo's irgendwie so um verschiedene Sprachen geht und so. Dann haben die so geschrieben. Ja, und auf Deutsch gibt's so ne bestimmte Phrase. Die sagt man immer, wenn die Gäste gehen sollen. Und du kannst das aber, und dann haben sie's aber nicht aufgelöst. Du musst dann auf die Internetseite gehen. Und alle haben dann drunter gerätselt. Ha, was ist denn das? Und ich lebe in Deutschland und ich kenn das nicht. Kein Plan und eine so. Ich weiß, was das ist. Auf die Schenkel klopfen. So. Und dann hab ich so gedacht, in der Arbeit ist mir das so oft aufgefallen. Wenn ich irgendwas fertig hab, hab ich immer gesagt. So. Okay. Haben wir auch darüber geredet. Echt? Weil ich das immer mache. So? Echt? Hast du nem Hunger? Ich hab dich, ähm, gefüttert. Du hast kein Zeitgefühl, hm? Du denkst, das ist schon lange her. Ist immer Butterzeit. Ja. Guten Morgen. Hast du gerade was getrunken? Ja. Oh! –Čalab , ahh-wow-shop Ich werde ein bisschen das, das kommt ein Schiff zu laufen. Boah! … Alle mineuse Woodenius Ltd. I make my best for it I make my best for it BAM 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 Jedes Jahr Transition. BAM 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 Me and my drum BAM 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 Da, Opa, erstens? Erstens, weiter. Hört! Oh, vielleicht ist es auch cool, wenn ich da bin. Geht's los! Christ ist erschienen, uns zu versühlen. Freue, freue dich, du Christenheit. Fröhnliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Ja, super. Gut, danke. Alle deine Uhrenkosten, doch? Also die. Suki! Oh, jetzt hört sie die Frau an. Hallo! Bis jetzt? Oh! Ich hätte natürlich den Ball treffen sollen. Ich habe ihn nur so gut hingedrofen. Ich bin froh! Ich bin froh! Ich bin froh! Ich bin froh! D! Ich bin froh. Und jetzt? Du kommst du mal an. Das ist so schön. Let's go! Das ist eh geil, weil man auch schwitzt. Man ist eh schon klatschnass. Da kann man auch durch den See laufen, der eigentlich Eis ist. Wir können über Wasser laufen. Oh, es sieht schon sehr diesig aus. Kannst du die Kühe noch erkennen? Ja. Durch ein Dunstschleier. Hier ist Lina. Hi. Aber die haben schon echt lange Hörner. Ja. Boah, ich find die schon schön. Vor allem die fressen einfach Worteile halt. Und man wusste gar nicht mehr, wie viel Uhr es ist oder so. Also ich hatte das immer voll krass. Weil es auch meistens dann dunkel war drin. Ich hab immer gesagt, oder hab ich immer so gedacht, eigentlich würde ich gerade gerne durch den Wald laufen. Oder irgendwie draus gezogen. Und das habe ich gemacht. Oder wenn sich die fressen. Es hat bei den Cayen zu beschäftigt. Der Käten zu dürfen. Und Sie können auch hierfür 먼저 flareen. Fressen zu wenigstatt. Tan ist kass, wir kennen uns chancen. Aber es wäre irgendwo klappt. In diesem parameter ist förs связen beim Start. Es kann Ihrimein sein. Und dann nehmen Sie suchen. Ich glaube dann ist es 시� Benn slowed fluffig finde. Hallo! Glaubst du Dodi hört mich wenn ich rufe? Dodi! Ich darf nicht. Dodi! Nee. Doch. Ich habe einen Schuss, der ich weiß nicht. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss, der ich meine Schuss. Ich habe einen Schuss. Untertitelung. BR 2018